moin moin youtube wir kommen zurück zu einer weiteren folge gegen dem arzt 3 ja mal eben abwarten was passiert und bis gleich leute ja 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 oh so love has filled both their hearts with light Larkseen two in one world definitely didn't see that coming Erst Marluxia, jetzt du! Was ist das alles? Oh, ich verstehe. Du bist in Marluxia. Dann warum ich das wieder erklären? Ich habe dir vorhin gesagt, die neuen Seven Hearts. Wenn du dich verletzt und nicht findest du deine Seven Guardian of Light, werden wir noch eine andere Gruppe wiederholfen. Lass die Innocenten Leute aus! Oh, schau mal diesen schweren Mann, so großartig jetzt. Also, vielleicht sollte du dein Job und finden die anderen Guardians of Light. Bitte, wie du hast, dass du 13. Der König sagte, du bist ein Seeker of Darkness kurz. Oh nein, wir sind. Sie haben alle 13? Dann, wenn wir nicht unsere Seven finden, sie gehen nach Elsa und Anna. Es wird okay sein. Sie sind stark. Und jetzt ist es so gut. Du bist richtig. Sie haben sich zusammen. Anna. Oh, Elsa. Oh, Elsa. Du hast dich für mich sacrificed. Ich liebe dich. Ein acte der true Liebe wird die frozenen Herz. Liebe wird die Liebe. Liebe wird die Liebe. Liebe. Elsa? Natürlich. Liebe. Liebe. Ja! Oh, mit. Am. 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 Ja, damit haben wir wieder ein neues Schlüsselschwert, Pilverschnee. Entschuldigung, dass wir Zeit sind. Das ist okay. Du hast hier so schnell wie du kannst. Die Organisation hat ihre 13 Schmerzen. Wir glauben, dass es wahr ist? Um... Ich weiß nicht, aber es gibt etwas anderes, die sie immer sagen. Sie sind nach einem neuen Seven Hearts, das scheint zu sein, dass wir mehr Prinzessinnen. Also, als die originalen Prinzessinnen von Hearts' Zeit für die Pure Light hat Endeffekt, haben sie die Licht zu anderen. Unsere Schmerzen muss sicherlich sein, wenn sie das neue Seven Hearts sind. Das ist das, was sie wünschen, sie zu nennen. So be it. Aber Kairi hat sie nicht gewonnen. Sie ist eine der neuen Seven? Sie muss sein. Aber trotzdem, sie hat sie gewonnen. Sie hat sie gewonnen. Sie hat sie nicht gewonnen. Sie hat sie nicht gewonnen. Sie hat sie nicht gewonnen. Und so hat Ansem die Wiese in ihren Daten. So muss es wahrscheinlich auch wahr sein. Sie hat sie nicht gewonnen. Das ist großart! Jetzt können wir sie holen. Ich bin dann. Vielleicht... Außer Aqua ist der един eine, die weiß, wo sie entdecken. Wir müssen trotzdem trotzdem her�ne zu finden. Ich gehe! Was? Was? Ist das wunderschön? Du brauchst das Macht des Wunderschön, Zora. Hast du es? Uh... Nein. Wahrscheinlich nicht. Without diesem Macht, du bist nicht bereit, um den Raum der Dunkelheit zu treffen. Komm schon! Was ist so wunderschön? Entschuldigung, Master Yen Sid kennt dich ein wenig zu gut. Er sagte, dass du versuchen, eine half-bakete rescue zu machen. Ja, riech es! Zora, ich weiß, dass du volunteerierst, weil du Angst hast, über mich und Micky. Ja. Ja. danke. Aber das Macht des Wunderschön ist wichtig. Du kannst du zum Schutz, wenn du das hast. Ist das fair? Ja. Alles klar. Aber sei sicher! Keine Reckless Stunts! Ja, Herr. Ja, Herr. 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 Nein, nicht genau. Er hat einfach nicht gedacht. Er hat nur nicht gedacht. der Master Yen Sid wie er hört auf Riku. Das wäre ein guter Start. Ich höre jetzt. Ich höre jetzt. Ja, okay. Sora, seine Macht zu erinnern. Er wird sich weiterentwickeln. Micky und Riku, er werden sich auf der Angelegenheit auf der Angelegenheit. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, okay. Damit haben wir wieder einiges geschafft. Wir müssen was erfahren. Wir sind da, was erzählt. Da was erzählt. Dass sich alles zu merken ist. Schwierig. Aber ich muss sagen, das war gerade eine interessante Aussage. Aber es kommt jetzt. So. Ich möchte weiter sprechen. Ihnen wiederholfen. Hm. Und hier ist die kleine Geyser, die wir wiederholfen. Sie müssen wissen, wir trafen uns die Organisation wenn Xemnas die flowen. Xehanort keine Lust von dir oder ich her an. Wir sind aber nur fröcher. Die fröhliche Organisation war das Gleiche. Xehanort braucht 13 Vessels, um seine Essence zu halten. Husks? Nicht ich. Du bist für eine andere Kuh? Bitte. Du kannst es nicht das letzte Mal machen. Du musst es schlafen, wie ich. Was? Du bist nicht schlafen? Du hast gehört, was Marley sagte. Ich muss nicht schlafen sein. Oder schlafen, oder schlafen, oder attraktiv. Ein Cereo-Bowel würde einen besseren Vessel machen. Wow, jetzt. Du bist gut aus der Linie. Ich bin extrem schlafen. Wenn ich will. Das ist, vermutlich, fast nie. Warum hast du nicht nach irgendwelchen Worlds gegangen? Du bist schlafen? Natürlich nicht. Ich bin schlafen. Huh? Saix brachte Vexen auf. Sie müssen planen, um die Replicas zu nutzen. Die Replicas zu nutzen? Oh, nein. Die Replicas sind viel mehr reale, als du erinnerst. Ich meine, eine stole mein Platz. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha! Vexen's latest Replicas are no mere puppets. The Riku Replica we used in Castle Oblivion was just a prototype. The next Replica, the one crafted from Sora's memories, was real enough to join our ranks. Und Vexen sagt, dass die Neuen sind, werden alle Menschen in jeder Art, wenn er sie endet. Oh, die Sache ist, habe ich irgendwie gesagt, Sora und seine Knitwits gesagt, dass wir bereit waren. Schade. Lass sie so glauben. Ugh, Xemnas. Wenn sie denken, dass wir alle 13 Darknissen haben, dann werden sie Panik. Und Panik führt zu einer Lacken der Präparation. Ja, total. Warum ist diese Sache wieder ein Mitglied? Hey, jetzt. Der Punkt ist verrückt. Die ersten sechs Mitglieder der Original-Organisation waren alle Apprentices für Ansem, die Wise. Und die siebte und siebte und siebte Mitglied haben, danach. Der 13th Mitglied war Roxas, ein K-Blade-Wielder. Also, was für Sie? Wie sagen Sie, dass ich die Nr. 9 bis 12 wähle? Weil unsere Hörer sind super-powerful. Verrückt. Sie wurden zusammengebracht für ein anderes Ziel. Was? Damit wir auf der Bord des Bord des Bord des Bordes? Ugh, Urin 2? Was ist diese Organisation Rehash? Ich habe eine wichtige Rolle gespielt. Niemand hat mich gespielt. Du hörst? So, nicht cool. Man muss eine Karte halten, so lange wie es notwendig ist. Was ist wichtig? Das stupide Box, die Zigbar verwendet ist, aber nicht uns eine Sache sagen? Du musst nur fragen, Zigbar, das zu fragen. Jetzt dann, Zemnas. Was ist diese... Purpose? Du hast uns nicht zurückgebracht, um das alte Zeit. Die vier werden dein größtes Geheimnis zeigen. Das alte Keyblade-Legasie, das in dir schlägt. Hm? Hm? Hm. Haha haha. Okay. Gut. In Dien ruht wohl irgendwas mit nem Schlüssel verschwert, wenn ich das so richtig verstanden hab. Häy Sora! Da brauchst du mehr침ienden. Oh cool, wieder neue Welten. Ähm. Nies ja gar nix. Doch da. Okay. Ja. Sieht zwar lustig aus, aber... Ähm. Ne, okay, da kann ich ja nur arbeiten. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen was erfahren. Jetzt habe ich da zwei neue Welten und ich würde sagen... ...da es vom Level her ganz gut passt, fliegen wir in die Karibik. Ne? Oh, äh, das war ein zweiter, fliegen wir immer noch in die Karibik, aufbrechen. So, jetzt haben wir es aber noch. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt einiges erfahren. War jetzt natürlich eine etwas qualmelreiche Folge ohne ein bisschen Action. Aber ich finde, das muss auch immer mal sein, wo man jetzt so ein bisschen dies und das machen kann. So, und auf geht's. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall noch da... Oh, ping. So, ein bisschen hoch. Hier auf jeden Fall dieses große Paket hier mitnehmen. Und da hoch. Das wird eben drei Sterne da unten ausweichen können. So, nochmal Schub. Oh. Und einmal gegen die Wand fliegen, Leute. So. 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 Oh. So. So. Hier das Ding kaputt kriegen. So. und sowas noch mal mit das spezial war für darauf zu ballern okay dann nicht dann lasst es mal weiter in die karibik und auf geht's meine freunde sind meine stärke hashtag allein für einen alle für einen und hashtag einer für alle sich der gerade alle allein gelesen hat alle für ein einer für alle ja ein paar alte bilder dabei aber gut ich würde sagen damit beenden wir auch erstmal die folge wie es jetzt weitergeht werden wir in der nächsten folge sehen bis dahin reingehauen tschau tschau abo und like nicht vergessen und gern natürlich auch kommentar tschüss